ARD Text im Auftrag von Funk Du siehst du die ganze Zeit Bullshit Vergiss bitte nicht, subscribe Aber jetzt ernst Jetzt reicht's mir Ich muss von ARD Text Subscribe Arab Arab Beats Was? Oje man Wir müssen die in die fucking Tube rein Ich muss von Ich muss von Arab Trap Beats machen Arab Music Ja so macht er die Triples Gibt's wahrscheinlich Es wäre mega dope eigentlich Jede Zeile wäre ne Hook Jede Zeile ist ne Aber die haben auch über Stuff to Rappen Ich meine Geld Was soll Geld machen? Oh mein Gott Also ich meine Er ist Dubajaner weißt du Dubajaner Du bist auch ein Bayaner 100 Dubajaner Über Cash und Macht reden will Cash Money Öl Öl Ich habe 50.000 Ferraris Ich habe 50.000 Öl 50.000 Gallon Öl In a second Ich habe 4 Camel 5 Öl Ja Ich habe 27 Virgins Jeden Tag Jeden Nacht Sind's nicht 72? Nein 27 21 Ding 7, 15, 38 Fuck man Fuck boy Nein Ist es das Jahr Das du grad Erwähnt hast Oder So crazy So crazy Keine Ahnung was die gesagt hat Aber ich habe es als so crazy verstanden Weil ich crazy im Kopf bin Wie ich uns raus schmeiß Ja Ich fang nichts nutze Ja Ja Ihr fucking Der Ding Scrut Ich habe mal überlegt Damit wir etwas Bei Game Changer lernen können Ja Ich hole mal so eine Liste Sagen wir mal mit 10 Begriffen oder sowas Ja Das waren so Gamer Begriffe Ja Und dann frage ich dich ab Oh Nicht abrasen Ja Vielleicht genau was die Leute lernen Und du auch noch Das wäre nicht schlecht ein Fall Kann also Begrifflichkeiten bin ich jetzt nicht so Ich könnte alles programmieren Ich könnte alles programmieren aber OP Ja Das ist so Die Superbasics Was? Echt? Ja Online Plattform Ja Vielleicht Black Ops Heißt das Overpowered Ja Und sagen Was hat das mit Games Ja wenn du sagst Oh der Boss ist voll OP Ist das so ein Ding? Ja Ich bin voll aus dem Game raus Scheiße Oma hat es eigentlich zwei Mal geknallt jetzt Oh ich bin irgendwie weiter Ja weil du Checkpoint erwischt Ich bin irgendwie weiter Ja weil du Checkpoint erwischt Oh Oh Meine Skeletons gewinnen das Spiel Ich werde der famous Blink für Blink Change Blink 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 Fängsch Gleich eine Mein Outfit ist voll gay eigentlich Get up Genau Voll Ach was komm jetzt Ich finde es sexy Komm jetzt Unterschätze dich einfach nicht Ich bin nicht zufrieden mit mir Was nochmal nicht zufrieden mit dir? Ich habe jeden Tag So eine Phase aber jetzt Ja 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 Ich habe jeden Tag meine Doubts Ja Ich bin Ich habe mal so eine richtig heftige Phase Ja War es was äußerliches oder? Ja Hat es was mit deinem dummen Charakter zu tun? Es hatte was mit deinem dummen Charakter zu tun Ich war voll von dir genervt Es hat was mit meiner Freundesliste zu tun Ja Deine Facebook Freundesliste Ja Ja Ich kann das Level überhaupt nicht Irgendwie pass ich gerade überhaupt nicht auf Aber dafür habe ich 500 Oldschool Ferraris in dem Backyard Die verstauben in dem Stauballee Stauballee Ja Stauballee ist sehr schön Ich komme in dieses Throne nicht rein einfach Ich komme überhaupt nirgends rein Weil ich so hässlich aussehe In die Girls' DMs Und um nochmal auf meine Selbstachtung drauf zu kommen Ja Fuck you man was war das für ein Shit Wie dieses Schrei diese berühmte Ah yeah Willhelm Scream Ampots hast du das da gemacht bei welchen Les crossables Im zwei Is das war noch welcheier Aber ja ich weiss welch der dumm heißt die so Wilhelm Scream heißt er ja was war jetzt mit dem was mit deiner äußerlichkeit fuck you man nein nein oh shit spiel in the red bull das ist keine red bull das red bull cola hast du mich jetzt irgendwie weg die weg geschickt das ist so dumm einfach bis drüber ja aber ich habe diesen checkpoint nicht erwischt da muss man auch checkpoint erwischen warum bitte gestorben ja weil du wahrscheinlich eben drüber ist was muss man die scheiße berühren ach ja nee eigentlich aber du bist also das gecheatet keine ahnung nee das war eher so innerlich keine ahnung scheiße gefühlt wer wegen jemanden oder wegen die klappe hat er alles irgendwie alle haben so dass ja irgendwas im spiel wenn deine man wieder reinkam und gesagt hast du räum dein zimmer oder sowas ja ich so ich hasse mich mann gib mir meinen freiraum gib mir meinen raum zurück du bist draußen gib mir meinen raum nein du schläfst heute im flur nein schläfst heute ausnahmsweise in deinem zimmer fuck you man und nicht in der teuren villa ja was hast du dagegen gemachte gewallt echt nein ich war nie das ist das letzte mal gewallt ich ja ja das kurzem ja ne vor kurzem nicht aber so lange her weiß ich aber warum hast gewallt das sind private dinge ja ja du fragst mich ja jetzt hello this is on privacy mode okay and if you don't agree friends only pictures and if you don't agree unfollow okay yeah if you don't agree subscribe yeah leave a comment yeah shit hater oh hast du es geschafft oder ich irgendwie nicht ja doch aber ich bin ich dann drüber jetzt was ist eigentlich schon nächste folge oder nicht wir haben nichts geschafft in der folge stop willkommen zu empathie threshold ja mann das ist schon dies ich habe da auch empathie leute seid mit uns einfach ja haltet durch ihr müsst auf like drücken da kommen wir auch weiter ja deswegen kommen wir nicht weiter weil hier keine likes funktioniert nicht mal bei den 12 ich bin die leute die unterschätzen unsere macht der medien die unterschätzen unsere macht einfach nicht nur der medien und diesen sind die seite ja auch das scheitmann sind die seite sind die sind das heißt also pumpt öl aus dem boden man pumpt öl in meinem penis das arabische öl ja das das arabische öl aus dem boden heute mache ich millionen heute spiele ich mit meinem chode mit meinem choder fuck man wir schaffen es nicht durch diese fucking säulen zu fliegen ich habe es noch nicht mal probiert jetzt jetzt ja wenn dann müssen wir nur so schaffen dann haben wir checkpoint geschafft ah du bist ja noch nicht toll ich bin nicht so damn damn boy hey you know i'm saying damn boy when the sea route of playing games say damn boy say damn boy fuck man ja fuck man fuck space man wenn mir eine isle fällt baue ich einfach eine isle leben dran was in palmenform das leid ist viel zu low in die dms denn die m sliding game ist ein bisschen nicht warum sollte ich doch das machen das stimmt so was du machen kannst lassen die ms ja habe ich so geil eigentlich war das auf reply aber wenn sie millionen follower hat dann kriegst du einen scheiß eben wenn du wenn die voll heißen dann ist es schon automatisch die milliarden von fahrer ist snapchat durch zu asa akira nein ich immer noch auf warten ja wahrscheinlich weil sie es nicht angeschaut aber es muss aber nichts ankommen bei ihr also wenn es blau ist dann ist schon angekommen das ist nicht blau sondern grau okay hat sie wahrscheinlich kein snapchat mehr oder so oder ein anderes handy oder so ich kann sich die mal anrufen das wäre heftig mal das wäre auch so ein ding was von meiner liste streichen würde wenn wenn wir ja ein pornostar irgendwas von pornostar reply kriegen die machen so als wären die voll die stars dabei sind die voll die sluts ja das heißt porno star aber eigentlich sind die porno sluts ja ja aber wenn man von dem was kriegen würde ist ja nicht schlecht so also was posse 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 zu tun manche das wäre also an ostern so in faunostar posse wenn ich schlecht gar oder was noch ein garter von meinem arm was hat er noch für ein flip gemacht auch stehe du hast verloren du bist so ein mongo müssen wir müssen gleichzeitig anfangen dass ich da tausend leben schon am anfang verlieren okay moment ich bin tot man ich bin tot ja diese fucking erste co was soll man da machen ich habe keinen plan man auf x drücken man vergessen wir voll ja das ist auch wichtig finde ich das feature haben die nicht umsonst eingebaut eigentlich ja wir müssen echt was ist modak eigentlich was der russische begriff für modak modak der russische begriff für modak ist modak was ist der deutsche begriff so was wie ich weiß nicht ich habe echt keinen plan auf jeden fall männlich also auf einen mann bezogen ja ja nicht irgendwas tierisches so nee nee das kriegt eh nach einer eiscreme sorte ach modak einmal modak eine kugel modak und zitrone in den becher in der größten waffen die sie haben im größten modak becher den sie haben einmal modak becher bitte ne modak klingt wie so eine neue art von moslem oder was keine ahnung modak nein modak ist so eine leckerei irgendwo aus indonesien indonesien der akzent ist so weird nachzumachen ja ja wann macht man es nach ding den budi der mit mir arbeiten gewonnen der ist indoneser wenn er redet man ist voll weird ich keine ahne ich kann ich kann es nicht mal nachmachen machte so walk out uzman HAWAWAWA dual walk out walk out walk out bau 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 w advocacy ja alle denken wer ist amerikaner walk out fucker indoneser das wissen die meisten nicht es sind die meisten intonesen aber die wissen ganz Wir wissen ganz genau, was er für das Spielchen treibt hier. Damn, was ist das? Aber es ist schon weiter, guck mal, dieses Ding kommt mir schon auf jeden Fall durch. Ach, ich komm nirgends durch. Voll gut gerettet. Damn, wenn ich es jetzt noch schaffen mag, dann musst du mir einen Handjob geben. Wir müssen ja... Was? Deal! Was? Deal, boy! Wow, yeah! Okay, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur... Ja, man, stank dir weg. Das ist deine letzte Chance, man. Gott, wie heftig dritten. Put your skeleton hands in the air. Put your skeleton hands in the air. And I got to win. Oh, was? Wo bin ich? Warte, kann ich die noch sammeln? Nein, fuck, man. Nein, guck mal, da war schon das Handy. Ah, das Handy, 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 man. Ja, 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 ja. Du sagst Wörter, ich lache. Weiter geht's. Du sagst Wörter, ich versuche zu lachen? Ich versuche zu lachen, es geht nicht. Weiter geht's. Gamechanger. Gamechanger ist das. Shit, man. Goddamn, Leute. Es tut mir echt leid, dass wir ein bisschen soffnen auf das Game. Aber... Wir müssen uns vertrauen. Macht das Sinn? Ja, wir müssen uns vertrauen, dass wir das nicht schaffen. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Es ist halt... Das Witzige ist, man denkt, ja, okay, fuck, jetzt streng ich mich an, aber dann ist es noch schwieriger. Ja, volles Dreck. Volles Struggle. Yeah, ich bin rüber, man. Da oben ist das heftige Loch. Ha. Don't. Oh, oh, oh. Flips... Doing flips and shit. Was hast du das... Von, was hast du das term? Was? Doing flips and shit. Lonely Island. Das ist von Ding, ich bin auf dem Boot. Doing flips and shit. ich habe seine kräfte gewartet aber kam ja kam manche fliegt noch voll rüber x müssen drücken fucking x mann x-faktor das ist unfassbar fuck x 6 mit der x los geht's ja ja ich flicke raus flicke raus mit deiner süße maus nach maldivien das ist eine insel die ich gebaut hab für uns beide billige arbeitskräfte aber teure inseln teure hure du bist mein teures baby oh man ich bin gerade voll den lauf du bist ein lauch ich aus nicht meine deine 20 liegestütze heute gemacht man aber morgen wir haben für das jahr geplant ist wie jeden tag 20 liegestütze machen wenn uns mal vergisst da muss 20 machen das 20 100 machen und wenn du deine 100 gemacht hast am nächsten tag muss dann wieder die 20 machen aber halt eigentlich 21 aber egal das ding ist oder fast vergessen das sind nur 20 liegestütze ja ich muss halt arbeiten du warst aber zu hause um 11 ja ich habe es vergessen ja ja was wenn du nach hause kommst ist nicht so dass du wo ich komm jetzt nach hause mach 20 liegestütze denkst du ich mache erst mal gar nichts ja 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 das muss dir aber gleich aus dem kopf schlagen scheiße man vergess es mit der fucking x aber jetzt fangen wir beide hier an und das müssen wir jetzt schaffen wir schaffen es beide sind schon ein bisschen schwer wenn es schon schwer ist man schaffst du es kommst du durch nein man doch durchs loch aber muss ich ja ne muss ich nicht ja wir können es auch verkürzen falls falls dann zu langweilig wird ja das machen wir wahrscheinlich ja ja